Hallo, Papa Schlumpf! Wir sind fertig, um Schlumpfbären pflücken zu gehen, Papa Schlumpf. Gut, aber denkt dran, ganz leise zu sein, wenn ihr in die Nähe von Garamels Versteck kommt. Wir sind hier, Papa Schlumpf! Selbstverständlich, Papa Schlumpf. Wir werden so leise sein wie winzig kleine Mäuschen. Wir werden sogar nur auf Zehenspitzen laufen. Wir werden... Ich glaube dir, Schraubi. Und jetzt lauft los. Wiedersehen, Papa Schlumpf! Ah, es tut meinem blauen Herzen gut, all meine kleinen Schlümpfe so fleißig beim... ...klafen zu sehen. La, 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 la... La, 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 La. La, 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 La. Pssst! Mach keinen Karl! Ey! Pass auf, wo du hinschlumfst, Klamsi! Pssst! Was hast du denn, Schlaube? Papa Schlumpf hat gesagt, dass wir in der Nähe von Gargamel´s Behausung keinen Lärm machen sollen. Weil Gargamel unser Feind ist und... Ich wollte euch doch nur sagen, was... Die Lärm machen. Ich habe heute gesagt, Papa Klub. Hey, wartet auf mich! Wer ist denn das? Keine Ahnung, aber er geht in Richtung Gagamils Versteck. Los, sieh mal hier! Oh nein, Papa Klub würde niemals... Wartet auf mich! Es hat mich zwei lange Jahre gekostet, meine zerschlumpfende Formel zu perfektionieren. Hör gefälligst zu, Azrael! Und jetzt als letzte Zugabe... Acht Tropfen Schlangengift. Nur ein Tropfen zu viel und es gibt eine gewaltige Explosion. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Azrael, ich verwandle dich in eine Plüschpantoffel! Oder in einen Bettvorleger oder in... Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Oh, Verzeihung, wer bist du denn? Ich Großmaul und ich habe gewaltigen Hunger! Tut mir leid, ich habe gerade nichts im Hause und jetzt geh wieder weg, ja, ich, äh... Nicht weg! Bleiben! Großmaul vollstopfen! Ich jetzt hungrig! Verstanden! Naja, aber wenn ich so richtig darüber nachdenke, vielleicht habe ich doch irgendwo in der Speisekammer noch eine klitzekleine Kleinigkeit vom Teck... Zeig mir Leckerei! Los, lasst uns sehen, was da passiert! Nein, ihr wisst, Papa, Schlumpf sagt immer... Wartet auf mich! Großmaul-Mat-Leckerei! Also, das war's dann wohl. Und wenn du... Großmaul, immer noch hungrig! Ah, ah! Ah, ah! Mehr Leckereien! Tut mir leid, aber ich habe nicht mehr... Leckereien! Hey! Ja? Ja? Und das hier? Leckereien? Nein, bitte nicht meine Katze! Ah, ah! Ach, rege ist an den Kragen! Ja, er ist zwar ein Ekel, aber... Wenn, wenn du die Katze isst, dann bekommst du ganz schrecklich viele Pickel und Haare auf der Zunge! Ja, die Läckereien! Hm, ich berate Zunge! Großmaul hat Hunger! Will mehr Leckereien! Hm, vielleicht kann dieser Trottel mir dabei helfen, die Schlümpfe zu fangen! Hm, ich kann nicht Lärme kriegen! Hm, Mampf hier im Großmaul, ich brauche ihn! Weißt du was, Großmaul? Wenn du mal etwas richtig Leckeres essen möchtest, könnte ich dir die beste Mahlzeit der Welt kochen! Hm, ja, was? Eintopf à la Schlumpf! Was, Suppe? Ja, Eintopf à la Schlumpf! Hä? Wir sollten ganz schnell ins Dorf zurück! Ja, das ist eine gute Idee! Ich hab's euch ja gesagt! Ich hab's gesagt! Ob er vielleicht noch mehr Leckereien hat? Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Wir haben einen riesigen Riesen gesehen, Papa Schlumpf! Er war bei Gargamel! Die wollen Schlumpfsuppe kochen! Ich habe sie gewarnt, Papa Schlumpf! Ich habe gesagt, Papa Schlumpfsuppe kochen! Ich will Schlumpfsuppe kochen! Ich will nicht aufreißen! Schlumpfsuppe? Ich hasse Schlumpfsuppe! Ja, Gargamel und der Riese werden kommen und uns alle schlumpfen! Was, 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 was? Ich hab Angst! Ruhe! Ruhe! Niemand kann unser Dorf schlumpfen! Wir sind hier absolut sicher! Also kein Grund zur Aufregung! Schlümpfe sind ganz leicht zu erkennen, Großmaul! Es sind kleine blaue Kreaturen und unglaublich lecker! Mh, lecker! Wo sind Schlümpfe? Oh, äh, sie sind, äh, sie sind da drüben, glaube ich jedenfalls! Großmaul, hungrig! Ich, ich will Katzensuppe! Oh, nein, 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 nein! Du musst unbedingt Schlumpfeintopf probieren! Verdirb dir bloß nicht den Appetit mit Katzenfleisch! Äh, äh, komm, hier geht's lang! Tja, und da geht's da lang? Oder vielleicht da lang? Großmaul! Großmaul! Der ist ohne mich abgehauen, Asreihe! Schon wieder verloren! Ich heil's einfach nicht mehr aus! Niemals werde ich dieses verdammte kleine Schlumpfdorf finden! Niemals, niemals, niemals! Schlümpfe! Großmaul! Hulig! Dam-di-dam-di-dam-di-dam, dam-di-dam! Hierher, Schlümpfe! Oh, das muss der Riese sein! Jetzt werden wir sofort Papa Schlumpf erzielen! Schnell, schnell! Ja, das sieht aus wie ein Schlumpf! Großmaul hinterher! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Der Riese kommt! Oh, er ist so groß und ganz fürchterlich! Papa Schlumpf, du hast doch gesagt, niemals könnte unser Dorf finden! Ja, ich weiß! Aber jetzt will er Suppe aus uns machen! Nein, erst kommen wir in die Bratpfanne und dann in den Topf! Jeder Schlumpf kämpft für sich selbst! Ja, das ist eure Bratpfanne! Hört auf! Wir müssen jetzt Ruhe bewahren, damit wir das alles bis zu Ende durchstehen! Und das Ende ist genau das, was mir Sorgen macht! Hm! Großmaul riecht leckere Leckerei! Ah, Schlumpfdorf! Was soll mir denn jetzt tun, Papa Schlumpf? Was soll mir denn jetzt tun, Papa Schlumpf? Ruhe! Ruhe, Chance おje! Wir werden den Riesen mit einem Fest begrüßen! Mit einem Fest? Ich hasse Feste! Oh Papa Schlumpf! Da kommt der Riese. Siehst du ihn? Es geht los. Schlümpfe lecker. Großmaul will sich vollstopfen mit Schlumpfmampf. Sieht lecker aus. Herzlich willkommen, Herr Großmaul. Wem verdanken wir die Ehre Ihres Besuches? Großmaul hungrig will Suppe. Schlumpfsuppe, aber natürlich. Hey, ihr Schlümpfe. Holt den großen Suppentopf schnell. Den großen Suppentopf? Na los, schlumpft euch schon. Ja, Papa, schlumpf. Warum warten wir nicht da drüben, Herr Großmaul? Unsere Band wird Ihnen ein kleines Ständchen bringen. Seid ihr soweit? Und eins und zwei und drei. Ist das nicht schlumpfig? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss mich um Ihre Suppe kümmern. Schnell! Ich hunger! Ich hoffe nur, ich habe alles, um das Gebäude zusammen zu schlumpfen. Oh, Papa Schlumpf. Großmaul sagt, er will keine Musik hören, er will. Suppe. Schlumpfsuppe will er haben. Schnell, wir müssen Torti finden. Torti, du musst etwas backen. Schlumpfbeerenkuchen, Sahnetorte, Saaspariakuchen. Zeig, was du kannst. Ich hunger! Und das Ganze schnell. Ich mache ja schon, Papa Schlumpf. Sucht Poeti und sagt ihm, er soll Großmaul etwas vorlesen. Ich muss jetzt das Gebräu weiter schlumpfen. Großmaul hunger! Heschenk für Großmaul. Ist eine ganz tolle Überraschung. Lecker, aber ein bisschen scharf. Noch ein paar Zutaten und es ist fertig. Großmaul hunger! Und wenn ich tausend Jahre suchen muss, ich werde dieses Dorf finden. Ich schwöre es dir, Asail. Ne, ne. Ist es echt zuhört, Musmaul? Amf riecht lecker. Ich habe meinen ganz speziellen Champignon-Auflauf mit Spargelspitzen und geschlumpften Trüppeln in Honig gedünstet. Hm, gut. Frische Schlumpfbeeren in einer... Mehr Hunger! Wo ist Schlumpfsuppe? Suppe? Dann hätte ich das alles selbst essen können. Wirklich noch Suppe? Geh Großmaul nicht auf dich! Ich will Suppe! Kommt sofort, Herr Großmaul! Mir kommt dem Dorf immer näher, Asail. Ich fühle es. Und jetzt verschlumpfen wir alles mit Honig? Ich höre es ab! So werde ich natürlich niemals fertig. Ich will Suppe! Jetzt hör mal zu, Großmaul. Du musst... Oh, Papa Schlumpf, alles in Ordnung? Ja, bis auf die reine Po-Backe. Oh, soll ich ihm ordentlich eine verpassen, Papa Schlumpf? Was sollen wir bloß tun, Papa Schlumpf? Es gibt nur eins, was wir tun können. Diese verdammte Schlumpfsuppe kochen. Ich habe möglicherweise doch den falschen Weg genommen, Asail. Mein Plan ist folgender. Wenn das Wasser anfängt zu kochen, springt ihr alle in den Topf. Niemals! 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 Kommt sofort zurück! Es gibt keinen Grund zur Panik. Dieser Zaubertrank wird euch vor der Hitze schützen. Ich will Suppe! Das reicht nicht. Komm! Wo ist Großmauls Suppe? Wird sofort serviert, Herr Großmaul, sobald das Wasser hier kocht. Hauptsache Schlumpfsuppe ist lecker, sonst macht Großmaul das Dorf kaputt. Salz, Lorbeerblätter, Karotten, Zwiebel und fünf gesunde Schlümpfe. Gibt es gesunde Freiwillige? Ja, mich, Papa Schlumpf! Ich auch! Ich! Ich auch! Ich hasse Freiwillige. Sehr gut, ihr mutigen Schlümpfe und hopp, weiter! Tjammi, Tjammi! Die Temperatur ist gerade richtig. Suppe fertig? Nein, nein, noch nicht ganz. Noch einen Moment. Höchste Zeit, die müssen aus dem Topf. Äh, Herr Großmaul, das Wasser wird nicht heiß genug. Wir brauchen mehr Holz für das Feuer. Holz? Na, Sie wissen schon, die braunen Dinger im Wald. Und da sie doch so groß und stark sind, könnten Sie? Oh, Großmaul holt mehr Holz! Jetzt aber schnell, alle raus! Heftig die Kleider! Alles klar! Ruf Großmaul, Schlumpfine! Juhu! Herr Großmaul, die Suppe ist fertig! Mehr Holz! Ah! Ah! Gier, 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 gier. Na? Wie hat es geschmeckt? Zu viel Salz! Es hat keinen Sinn, Assail. Wir werden dieses Schlumpfdorf niemals finden, niemals! Hilfe! Großmaulkram! Das ist doch Großmaul! Es ist, Großmaul. Und da ist auch das Dorf. Ja, oh, das ist viel zu schön, um wahr zu sein. Viel zu schön. Was ist passiert? Großmaul, furchtmäßig. Keine Sorge, das ist ganz normal. Was? Ich meine, wissen Sie, das ist immer so, wenn man Schlumpfsuppe isst, hat Ihnen das Gargamel denn nicht gesagt? Nein. Haha, jetzt habe ich euch, ihr elenden Schlümpfe. Wenn man vom Teufel spricht. Schlümpfe, Schlümpfe, mehr als ich verspeisen könnte. Los, Azrael, fangen Sie ein. Hey, Gargamel, Gargamel. Gargamel, er sagt, Großmaul soll Schlumpfuppe essen. Na los, frage Gargamel nach dem Gegengift, das dich wieder normal macht. Und könntest du in der Zwischenzeit diese fiese Katze entfernen? Katzenfleisch. Diese hier mache ich zu Schlumpfwürsten. Aus diesen backe ich Kekse und für dich hebe ich auch einen auf, Azrael. Haha, Azrael. Oh, das ist doch, das ist doch Großmaul. Äh, meine Güte hast du dich verändert, aber natürlich nicht zum Schlechten. Na ja, eigentlich siehst du ganze... Großmaul hässlich, du machst sofort Gegengift. Gegengift? Aber, 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 da kann ich leider gar nichts machen, weißt du? Du hast Großmaul gesagt, was hübsch ist, ne? Aber, 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 aber ich weiß nicht, ähm... Mach Großmaul wieder hübsch. Aber ich weiß beim besten Willen nicht, welches Gegengift, äh, Gegengift das sein soll. Doch, er weiß es, er weiß es, ja. Gib Gegengift. Bitte versteh doch, das ist leider unmöglich. Nein, das ist nicht, das ist nicht. Dann werfe ich dich in mal. Ja, ich mach das Gegengift. Also gut, wie du willst, ich mache es. Das Problem ist nur, dass alle Zutaten zu Hause in meinem Küchenschrank sind und ich kenne den Weg zurück leider nicht. Vielleicht, äh, könnte mir die Schlümpfe eine kleine Wehkarte zeichnen. Von ihrem Dorf hier bis zu meinem Haus. Zeichne Karte. Oh, das ist ganz einfach. Einmal links bei der großen Eiche und dann den kleinen Pfad entlang. Und, dabei wollte ich eigentlich nur helfen. Wartet, ich werde mir etwas ausschlumpfen. Das ist ja ganz leicht. An der großen Eiche vorbei, dann links und dann den kleinen Pfad entlang. Mal sehen, wir sind rechts gegangen, weil der, nein, 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 das war doch links oder was? Vielleicht geradeaus? Nein, nein, nein. Wo es Gegengeben gibt, Großmaul wird böse. Und wenn Großmaul böse, macht Großmaul Kleinholz. Äh, ver-ver-ver-verlier jetzt bloß nicht die Nerven, es ist ja schon fast fertig. Äh, was hat er gesagt? Er sagte, dass er fast fertig ist. Es ist fertig. Wird es auch wirken? Oh, äh, aber natürlich, ja. A-abra-kantabra. Äh. 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 Oh, mein Gott. Ich, äh, ich, äh, ich versuche noch mal etwas anderes, ja. Großmaul, jetzt wüten! Ja! Ja, habt doch bitte ein klein wenig Geduld. Das hier wird bestimmt funktionieren. Oh, ja, natürlich. Jetzt Großmaul richtig wütend! Nein, das hier ist es wirklich. Ich schwöre es. Abra-kantabra. Oh, äh, ich werde das mal versuchen. Hokus pokus. Großmaul hasst Gargamel! Und wir auch. Ich glaube, jetzt platzt Herrn Großmaul der Kragen. Und jetzt, Gargamel, Großmaul, dich essen. Warten Sie, Herr Großmaul. Hier, das wird sie zurück verwandeln. Keine Angst, Papa. Schlupf irrt sich nie. Ja, Großmaul, jetzt niederhübsch. Moment, was für ein Kraut war das? Ein Sarsaparilla-Blatt findet man überall im Wald. Ein Sarsaparilla-Blatt? Nein, das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Großmaul, immer noch hungrig. Oh nein, bloß weg hier. Oh nein, nein, ich würde dir gar nicht schmecken. Ich bin viel zu salzig. Warum schnappst du dir nicht ein paar von den Schlümpfen? Oder vielleicht doch besser die Katze? Keine Schlümpfe, keine Katze, die Gargamel! Großmaul hungrig! Ich würde zu gerne mal wissen, wie Gargamel so beschmeckt. Bestimmt widerlich fettig. Ein Sarsapar. Ein Sarsapar. Untertitelung des ZDF, 2020